Oh, da muss ich extra wechseln. So, das Griff. Kommt natürlich hier drauf. Ah, da haben wir's doch. Die Dinger haben das blockiert. Krallen wir uns mal die Lampe. Okay. Und viel Spaß damit. So, jetzt stellst du dich nochmal hier drauf. Muss ich ihn wiederbeleben oder bewegt er sich schon? Nee. Holen wir ihn mal wieder zurück. Und dann gehst du hier drauf. Ja. Und zwar schnell. Da ist er auch schon. Wunderbar. Okay, hier ist aber nicht wirklich was. Außer der nächste Weg. Da ist noch eine Ruhe. Ah, kann man drehen. Okay. Und? Ah, mehr Gesundheit, weniger Verteidigung. Gefällt mir nicht so. Da irgendwas? Nö. Okay. Okay, kommst du nochmal mit? Da geht's runter. Sollten wir uns merken. Da ist eine Truhe. Hm. Ich schätze mal, die ist hier oben. Japp. Wandlauf? Wäre eigentlich eine gute Idee. Gucken wir mal, wie ich das schaffe. Ich glaub nicht. Doch. Ja. Auch wenn's knapp war. Perfekt. So ein dämlichen Talisman noch. Nicht wirklich gelohnt. Ich glaub, hier ist aber noch viel, viel mehr als nur die eine Truhe. Da können wir nämlich hochklettern. Oh oh. Hört sich gar nicht gut an. Wandlauf ist hier aber unmöglich. Jawohl. Wieder ein Relikt gefunden. Wollen wir mal hier auch? Irgendwas... Ah, die wollen uns da hinten töten. Da muss ich mich ranziehen. Perfekt. Weiter hoch? Auf gar keinen Fall. Oder? Hier rum. Ah, ich hoffe, ich bin richtig ausgerichtet. Ja, passt alles. Okay. Okay. Na komm, willst du nicht da hochlaufen? Das ist ja merkwürdig. Ah, okay. Gar nicht gesehen. Hier rum ist eine Plattform. Das dürfte die erste Seele sein. Wunderbar. Oh, natürlich kommen Viecher. Oh. Oh, ich schmier euch ein. In die Hölle. Oh, der hat gesessen. Ah, shit. Wenn man einmal in der Luft ist, wird man einfach getroffen, wenn der schlägt. Oh, wow. Was schlägt der nochmal? Ah, guter Schaden. Wunderbar. Nö, willst du nicht? Ah, nehmen wir mal mit. Na ja, so klar, dass wir hier wieder kämpfen. Okay, das war die erste Seele. Die Seele sah auch ganz gewöhnlich aus. Ich glaube, die Seele hatte einen Anzug an. Ganz schick. Gut, die... Ja. Soll ich sagen. Die meisten werden ja auch mit Anzug begraben, ne? Also, warum nicht als Seele mit dem Anzug wieder auftauchen? Okay, nicht zu vergessen, wir können hier runter. Hallo. Ach, da sind wir hier, ne? Zur Abkürzung. Okay, dann bringen wir die erste Seele mal zurück. Das Urteil steht bevor. Das Urteil steht bevor. Menschen immer so ängstlich. Sieh dein Leben, wie du es wahrhaft gelebt hast. Okay, dann suchen wir mal die zweite Seele. Geht ja relativ schnell. Okay, das ist wieder verschlossen. Schlüssel, ganz klar. Toll, jetzt ist alles irgendwie zu. Na, klar. Ah, ich will in die Luft klopfen. Oh, wow. Ich habe meins auf jeden Fall ernst. Okay. Oh, nicht der schon wieder. Okay. Oh, der nervt vielleicht. Oh, da kommen ja drei von denen. Oh, ich habe auch viel mehr getan. Oh, ich muss hier weg. Ich habe noch drei Tränke, aber ich brauche noch ein paar mehr. Oh, das ist mir doch hier weg. Oh, Geduld. Ich hasse das, wenn die so angeschnellt kommen. Okay, einer ist schon da unten. Wow. Oh, ich kann so schlecht ausweichen, wenn er mitten in der Attacke ist. Wunderbar. Oh ja, mächtig Schaden. Ja, endlich. Haha, klar. Wow. Tormentor. Der hatte aber einen großen Tumor. Den ganz... Klar, erstmal mächtig Schaden machen. Meine Güte, mach ich Schaden. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ja, der ist doch schon down. Die Stiefel nehme ich mal. Mal probieren. Das ging ja mal richtig schnell. Machen wir hier ein leckeres drin. Klar, nehmen wir mal mit. Ist nix, nix, nix. Wir haben auch nicht wirklich einen Schlüssel bekommen. Wenn es ein Schloss gibt, da gibt es auch einen Schlüssel. Oh. Wie schlau. Okay, holen wir wieder unseren Freund. aus der Asche wurde ich wieder geboren. Hm, ziemlich tief. Da gehst du mal drauf. Wie du wünschst. Ah, das ist praktisch. Ich kann mich doch sicher da hinziehen, oder? Ja. Hm. Wandlauf. Würde funktionieren. Aber will ich wirklich zu ihm? Ich weiß gar nicht. Ich will nur an die Truhe. Vielleicht sollten wir mal kurz zum Todesgriff wechseln. Nope. Ich versuch's mal mit dem Wandlauf. Ganz blöd mal von der Seite. Okay. Ah, nicht schlecht. Gehen wir mal hier weiter. Oh, nein. So knapp. Oh mein Gott. Wenn wir auch noch wegen der Scheiße im Trank nehmen, verreckt die noch. Sicher ist sicher. Kohle genug. Äh. Wollte die eigentlich nicht machen. Warum hat der jetzt keinen Wandsprung gemacht? Auch gut. Ich weiß aber nicht, ob ich den Sprung schaffe. Ich glaub, den schafft man auch gar nicht. Man muss einfach den Todesgriff benutzen. Jetzt bitte mach einen Wandlauf. So. Oh, mitkommen. Ah, da haben wir noch eine schöne Seite. Da müssen wir dran. Hier ist noch eine Truhe hier oben. Da geht's wieder runter. Gehen wir erstmal hier weiter. Wo ist die Truhe? Oh, hier ist ein Schalter. Was hat der denn jetzt bewegt? Okay. Also hier wird's auf jeden Fall weitergehen. Eindeutig. Aber da ist jetzt quasi ein neuer Weg. Genau da. Komme ich denn da hin? Vielleicht mal hier runter? Na, hier kommen wir her. Klar. Ah, das müsste hier oben sein. Da. Wie komm ich denn da hin? Du stellst dich mal wieder da hin. Okay. Jetzt müssen wir mal wieder rüber. Ich liebe das, wenn er keinen Wandsprung macht. Egal, ich hab's nur geschafft. So dumm. Ah. Vergessen. Kamera nicht gedreht. Okay. Okay. Da drin. Komme ich denn da dran? Ah, gehen wir erstmal weiter. Vielleicht komme ich da noch hin zurück oder so. Oh ja, sicher. Erstmal den Skelett-Krieger hier pläten. Ah, gar nicht mal so übel. Oh yeah. Das sitzt jedes Mal. Wow, wow, wow. Genau in den Reihen. Wunderschön. Wunderschön. Ja, nehmt mal mit. Was haben wir hier leckeres? Oh, Handschuhe. Hm. Wo ist denn was? Wow. Wow. Haha. Haha.